Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast vom Standard. Meine lieben Freunde, jetzt ist er hier, Wahlsieger, Landesparteiobmann. Freude strahlend steht der steirische FPÖ-Parteichef in einem blau ausgeleuchteten Lokal in Graz. Die Freude über das Wahlergebnis in der Steiermark könnte bei den Blauen gestern Sonntag nicht größer sein. Die FPÖ schafft mit 35 Prozent Platz 1. Die ÖVP stürzt auf 27 Prozent ab. SPÖ und KPÖ verlieren leicht, die Grünen halbieren sich und die Neos konnten ein wenig zulegen. Aber über allem steht der Sensationserfolg der FPÖ. Dabei steckt die steirische Landespartei eigentlich seit Jahren in einem Finanzskandal. Was steckt hinter dem blauen Wahlsieg? Und warum ist die FPÖ scheinbar durch nichts zu stoppen? Darum geht's heute. Colette Schmidt, du bist Redakteurin im Standard-Innenpolitik-Ressort und kennst dich ganz besonders mit der Steiermark und der innenpolitischen Lage dort aus. War der blaue Erdrutsch-Sieg bei der Landtagswahl denn absehbar? Warum hat die FPÖ so viele Stimmen dazu gewonnen? Also ich glaube, das hat mehrere Faktoren, wie so oft bei Wahlen absehbar, würde ich einmal sagen. Ja, so hoch dann vielleicht doch noch einmal überraschend, aber dass es rumpeln wird, wie man so schön sagt, auf steirisch, das war absehbar. Es ist einerseits diese große Erfolgswelle im ganzen Land, die die Blauen feiern. Da ist sicherlich der Herr Kunasek auch mitgeschwommen. Aber es waren auch regionale Themen. Auf die kommen wir dann auch zu sprechen. Grundsätzlich ist die FPÖ-Steiermark ja jene Landespartei, die auch tief in einem Finanzskandal steckt. Seit Jahren mittlerweile, da geht es um die mutmaßliche Veruntreuung von Millionen an Steuergeldern. Wieso hat das bei der Wahl offenbar so gar keine Rolle gespielt? Man könnte positiv formulieren, dass die Unschuldsvermutung in der Steiermark ganz besonders gilt. Manche sagen auch, die Leute seien, wie habe ich das so schön gestern gehört, skandalmüde. Ich weiß nicht, ob man jemals munter war im Hinblick auf Skandale oder Lust darauf hatte. Ich glaube, dass dieser Skandal überhaupt nicht thematisiert wurde im Wahlkampf, also auch nicht von den politischen Mitbewerbern. Und wenn ich mir das alles umgekehrt vorstelle, die FPÖ hätte damit scharf geschossen mit so einer Munition, wenn sie das in der Hand gehabt hätte, was da schon am Tisch liegt gegenüber anderen Parteien. Aber warum haben das die politischen Mitbewerber offenbar so gar nicht auf den Tisch bringen wollen? Das ist eine interessante Frage. Entweder sagt man sich, es ist eh sinnlos, weil die Leute, die FPÖ wählen, erreicht das oft gar nicht. Oder man hat Angst, dass man vielleicht selber genauer überprüft wird bei Ausgaben und Einnahmen und so weiter. Oder, denn auch das ist oft eine Strategie, die man vielleicht von außen als Beobachterin gar nicht so mitbekommt. Manche scheuen sich auch einem Mitbewerber, der eben gerade so gute Umfragen hat, der gerade so populär ist, anzugreifen, weil es ein Schuss ins Knie sein könnte. Nun war stimmenmäßig der größte Verlierer bei der Wahl in der Steiermark, die Volkspartei. Warum hat die ÖVP so viele Stimmen verloren? Also die FPÖ, um noch einmal zu den Siegern zu kommen, hat ja von ihren, jetzt stehen sie bei 36, glaube ich, tatsächlich beim endgültigen Ergebnis Prozent, ein Viertel von den Nichtwählerinnen und Wählern bekommen. Und fast ein Viertel auch von der ÖVP. Also die haben dort wirklich am meisten abgeräumt. Ich glaube, dass der Kandidat Christopher Drexler bestimmt wirklich aus seiner Sicht alles getan hat. Also der ist ja sogar aufs Land gezogen. Er ist ein Stadtmensch, eigentlich ein Grazer. Damit er irgendwie da, so das jetzt bei einer Vermutung ein bisschen mehr, ein bisschen Volksnäge zeigt. Er ist schon vor zwei Jahren als nicht gewählter Landeshauptmann, jetzt vom Volk nicht gewählt reingestiegen, quasi als Nachfolger von Schützenhöfer, der in Pension gegangen ist und hat sich eigentlich in diesen zwei Jahren oder über zwei Jahren wirklich nur auf diese Wahl vorbereitet. Aber er ist nie ein bei der Bevölkerung sehr gut ankommender charismatischer Politiker gewesen und er wurde es auch nicht. Er wurde nicht volksnäher in diesen zwei Jahren. Und dann, wie gesagt, es gibt auch steirische Themen, die haben ihm und der SPÖ geschadet. Aber dazu kommen wir noch. Ja, bleiben wir doch in dem Moment noch kurz bei Drexler. Wie du gesagt hast, er hatte ja durchaus Zeit, sich auf diese Wahl vorzubereiten und hat ja auch von seinem Vorgänger die klare Anweisung bekommen, währt bei der Bevölkerung beliebter. Das war also ganz bestimmt nichts, das ihm nicht bewusst gewesen wäre. Warum hat das nicht geklappt? Also wenn man ihn gestern gehört hat nach der Wahl, ich war in der Parteizentrale drüben, als er diese Rede mit dem Bauernopfer gehalten hat, dann hatte man wirklich den Eindruck, der lebt in einem Paralleluniversum. Was war da mit dem Bauernopfer? Ja, er hat dort gesagt, dass noch niemals eine Wahl so sehr vom Bund beeinflusst wurde wie diese Landtagswahl. Das ist ein kompletter Unsinn. Er ist auch alt genug, dass er sich zum Beispiel an 2005 erinnern kann, wo irgendwie die Koalition vormals schwarz-blau, dann schwarz-orange abgestraft wurde und zum Beispiel die Blauen und die Orangen aus dem Landtag geflogen sind. Die waren da fünf Jahre gar nicht vertreten. Und mit Wovies erstmals ein Sozialdemokrat nach Jahrzehnten der schwarzen Herrschaft Landeshauptmann wurde. Auch die Kommunisten sind damals erstmals in den Landtag, also nicht in die Staatsanwaltschaft, in den Landtag gezogen. Also da war ein Linksruck und das war sicher auch vom Bund geschuldet. Also das jetzt so darzustellen, ist schon mal das eigenartig historisch. Und dann hat er einfach mit Entscheidungen wie dem Spital, dem Leitspital, er und auch sein Vize, der rote Anton Lang, da haben sie nicht auf die Bevölkerung gehört, die ja schon in Abstimmungen und Umfragen gesagt hat, sie wollen das nicht. Er hat aber gestern überhaupt keine Reue gezeigt. Und deswegen sage ich Paralleluniversum, denn einige von uns JournalistInnen sind vom Medienzentrum am Freiheitsplatz die paar Minuten raufgelaufen, auf den Kameliterplatz in die Parteizentrale, weil wir gedacht haben, der wird jetzt am Abend zurücktreten, weil es so desaströs ist, dieses Ergebnis. Aber es war überhaupt nicht. Also wobei Reue, er hat ja nichts verbrochen. Eine Wahl zu verlieren ist ja kein Verbrechen. Sagen wir mal so, keine Einsicht. Er hat keine Reflexion gestern gezeigt. Und wenn eines Christopher Drexler immer war, dann der, der das Image hatte. Er ist eher ein Intellektueller. Er war auch früher mal ein guter Redner im Landtag, wenn ich mich erinnere. Und ein kunstsinniger Mensch und, und, und. Aber diese Klugheit, die man ihm immer attestiert hat, also die habe ich gestern sehr vermisst. Also da hat man wirklich nichts davon. Also jetzt auch politisch war das alles unklug. Ja, und mittlerweile ist klar, dass Christopher Drexler auch ÖVP-Chefin der Steiermark bleiben wird. Die Partei hat ihm am Nachmittag das Vertrauen ausgesprochen. Politisch unklug ist ja offenbar auch der Umgang mit dem Spital gewesen, das da immer wieder erwähnt worden ist. Welche Rolle hat da ein geplantes Spital bei der Wahl gespielt? Es soll ein neues Spital, ein sogenanntes Leitspital in Lietzen, ganz frisch gebaut werden, um hunderte Millionen Euro. Dieses Spital soll dann für den Bezirk Lietzen, der größer ist als Vorarlberg, drei bestehende Krankenhäuser ersetzen. Also es soll zugesperrt werden, mehr oder weniger Rottenmann. Da hat übrigens die FPÖ 63 Prozent gewonnen. Das war mal eine rote Gemeinde. Und die ÖVP hat dort fünf Prozent gestern bekommen. Dieses LKH wollen sie zusperren, Schlattming wollen sie zusperren und halt irgendwelche Gemeinschaftspraxen mehr oder weniger statt dort machen. Und Bad Aussee, das soll, glaube ich, statt eines Pflegeheims oder sowas in der Art entstehen, das wurde von der Bevölkerung immer wieder abgelehnt. Gestern hat Drexler auch in seiner Rede gesagt, ja, aber das wurde ja schon 2019, war das ja auch schon ein Thema und da hat man nicht so krachend verloren. Vielleicht ist erstens einmal das Wahlergebnis von 2019 auch kurz geschuldet gewesen. Das waren 36 Prozent bei der ÖVP. Und zweitens ist in der Zwischenzeit die Kleinigkeit einer Pandemie passiert. Also gesundheitliche Themen, Gesundheitspolitik spielt eine ganz andere Rolle als damals. Und wie gesagt, auch wenn das neue Spital geplant ist als größer, umfassender, moderner, die Leute wollen nicht so weit vorne in einem Notfall. Das ist was sehr Emotionales. Also selbst wenn man jetzt schon öfter dann in ein anderes Spital fahren muss, wenn man zum Beispiel in Rottenmann lebt und genau für das Wehwehchen oder auch die schlimme Erkrankung, die man hat, dort keine Hilfe ist, von vornherein zu wissen, es gibt nicht einmal eine Notaufnahme in meiner Gemeinde oder ein Spital, ein ordentliches, ist, glaube ich, wirklich ein emotionales Thema, mit dem man nur verlieren kann. Und das war auch für die FPÖ ein ganz wichtiger Siegesfaktor bei dieser Wahl. Colette, Landespolitiker suchen die Ursachen dann natürlich lieber nicht bei solchen lokalen Themen, für die sie auch Selbstverantwortung tragen, sondern eben zum Beispiel lieber auf der Bundesebene. Was sagst denn du? War das wirklich so ein großer Faktor? Ich glaube, dass das nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ganz ehrlich, ich finde es auch immer lustig, wenn man sagt, es kann kein Weiter-wie-bisher geben im Bund. Naja, eine Dreier-Koalition kann ihn mir nicht erinnern, das wir ja in den letzten Jahren hatten. Also was heißt Weiter-wie-bisher? Und dass diese Koalition verhandelt wird, das ist jetzt schon länger bekannt. Es hat auch der Herr Nehammer während des ganzen Wahlkampfs gesagt, er macht es nicht mit Kickl. In der Zwischenzeit war in Vorarlberg eine Wahl, die nicht so desaströs für die ÖVP ausgegangen ist. Ich meine, es ist für einen Drechsler wahrscheinlich, wo er so gerannt ist und sich so bemüht hat, in diesem Wahlkampf angenehmer die Schuld nicht bei sich zu sehen, aber realistisch. Also was hat sich jetzt geändert seit der Vorarlberg-Wahl zum Beispiel? Das heißt also, du siehst nicht den Grund für diese vielen FPÖ-Stimmen darin, dass der Bundespräsident nicht Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag auf Bundesebene gegeben hat. Das ist wieder eine andere Geschichte, denn dass Nehammer gesagt hat, er macht mit ihm keine Regierung. Babler übrigens natürlich Detto, das ist die eine Sache. Dass man ihm jetzt gar keinen Regierungsauftrag gegeben hat, wo die dann wahrscheinlich gesagt hätten, war nett mit dir zu plaudern, aber wir gehen mit dir in keine Regierung. Das ist was anderes und das hat tatsächlich auch in der Steiermark sehr viele Leute verärgert und zwar quer durch. Ach, also die einen hat es geärgert, weil sie gedacht haben, jetzt kriegen die Blauen deswegen mehr Stimmen und die Blauen hat es sowieso geärgert, also die Blau-Sympathisantinnen. Aber da muss ich jetzt auch sagen, ein Bundespräsident muss doch über all dem stehen und der kann doch nicht aus parteipolitischem Kalkül eine Entscheidung treffen. Und das hat er auch meiner Meinung nach nicht gemacht. Der hat sich in seinem Amt angeschaut, wer ist Herbert Kickl und kann nicht dem unsere Demokratie, unsere Republik anvertrauen? Was würde das überhaupt für Folgen haben? Würde mit dem überhaupt wer eine Regierung machen? Das sind dann alles Dinge, die dann auf der anderen Ebene von den Parteien, von den Players entschieden werden. Aber er kann doch nicht, also wenn jetzt alle wütend auf ihn sind, er kann doch nicht sagen, na das schadet dann allen anderen bei der Landtagswahl, deswegen gebe ich jetzt dem Kickl einen Auftrag. So sollte ein Bundespräsident nicht entscheiden. In der Steiermark steht man jetzt auf jeden Fall vor diesem All-Time-Stimmen-Hive für die FPÖ. Sie ist mit ganz, ganz weitem Abstand Erster geworden. Das heißt, dort wird jetzt die FPÖ die Regierungsbildung in die Hand nehmen. Ja, dort braucht man in der Steiermark keinen Auftrag von Van der Bellen oder sonst wem. Da ist es einfach so vorgesehen in der Landesverfassung, dass der Stimmenstärkste, also Mario Kunasek, die Gespräche anfängt. Also mit dem Zweiten normalerweise, das wäre dann Christopher Drexler und dann wird man weitersehen. Gestern hat auch Anton Lang von der SPÖ durchaus in einer der Diskussionen der Elefantenrunden nach der Wahl gesagt, er könne sich auch in der Steiermark eine Dreierkoalition vorstellen. Da gäbe es dann, wenn man die ganz gleichen Farben hernimmt, den Herrn Nikos Vatek von der NEOS, der zumindest ganz leicht, ich glaube ein halbes Prozent gewonnen hat. Auf der anderen Seite glauben viele BeobachterInnen, dass genau Anton Lang sofort eine Landesregierung machen wird, weil er ja sowieso sich nie mehr erwarten konnte, als dass er Vizelandeshauptmann wird, in jedem Fall. Und dass das vielleicht dann billiger, leichter mit Mario Kunasek geht, wie das dann mit dem Leitspital ist. Also ich glaube, das würde er dann halt opfern und würde damit beliebt sein wieder, der Herr Lang. Genauso kann aber, wer immer bei der ÖVP übernimmt, auch eine Koalition, es geht sich ja auch aus zu zweit mit ihnen, also noch besser sogar, kann auch sein. Ich halte jetzt alles für möglich. Aber das heißt, Mario Kunaseks Traum vom Landeshauptmann-Sessel dürfte sich erfüllen? Bei einer Dreierkoalition nicht. Sonst schon. Und dann wird man umso mehr im Bund sagen, weil das sagt man ja jetzt schon bei der ÖVP, ich habe gestern mit Christian Stocker, mit dem Generalsekretär gesprochen, ja also unsere Schuld ist das nicht. Und wenn es dann dort schwarz-blau gibt, werden es auch sagen, unsere Schuld ist das nicht. Wir machen es nicht mit dem Kickl, Länder sind Länder. Das Gleiche, also für den Herrn Babler wäre es, glaube ich, fast noch schwieriger, weil die SPÖ ja eh immer wieder so große Bruchlinien bei solchen Themen hat. Also sollte es jetzt Anton Lang machen. Es ist wirklich die Frage, wie jetzt diese Gespräche dann verlaufen. Die Frage ist ja auch deshalb interessant, da Mario Kunasek mutmaßlich in den FPÖ-Finanzskandal in Graz verwickelt ist. Könnte ihm das noch zum Verhängnis werden? Er ist einer von 18 Beschuldigten. Wenn er angeklagt wird, dann könnte ihm das auf jeden Fall zum Verhängnis werden, in dem Sinn, dass man sich halt dann fragt, wie ist das, wenn der Landeshauptmann vor Gericht sitzt, das Angeklagte. Aber noch wissen wir das nicht. Und wir haben ja einen eigenen Podcast darüber aufgenommen oder sind auch dabei, einen zweiten Teil aufzunehmen. Das ist ja ein Ermittlungsverfahren, das seit drei Jahren läuft. Wir wissen wirklich nicht, wie lange das noch dauern wird. Aber zumindest würde es, wenn man jetzt sagt, fünf Jahre wäre er Landeshauptmann, irgendwann in dieser Zeit wohl entweder gegen ihn fallen gelassen, die Vorwürfe, oder er wird angeklagt. Alle, die sich diese Finanzaffäre der FPÖ-Kraz noch in aller Ausführlichkeit anhören wollen, da können wir Ihnen unseren Podcast Inside Austria vom Wochenende empfehlen. Den verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes. Colette, jetzt aber doch nochmal zurück auf Bundesebene. Welche Auswirkungen, denkst du, hat die Steiermark-Wahl jetzt tatsächlich auf die Koalitionsverhandlungen? Ja, also für die dort Verhandelnden ist es jetzt mit Ausnahme von der NEOS-Chefin natürlich unangenehm, was da passiert ist. Aber ich glaube, sie haben das schon mitberechnet, als die sich zusammengefunden haben und entschieden haben, dass sie zu dritt eine Koalition verhandeln werden. Ich glaube nicht, dass der Herr Nehammer oder der Herr Babler gedacht haben, dass Toni Lang und Christopher Drexler groß da abräumen werden und als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen. Ja, die FPÖ hat noch ein bisschen mehr bekommen, als es eh schon seit Monaten in den Umfragen steht. Aber ich glaube, die werden das einfach weiter wie bisher verhandeln oder halt jetzt richtig anfangen. Das heißt, welche Auswirkungen das hat und ob da jetzt wirklich nochmal zusätzlich Bewegung reinkommt, du würdest sagen, besser mal nicht überschätzen. Vielen Dank, Colette Schmidt, für diese Einordnungen zur Steiermark-Wahl. Gerne, danke dir. Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und falls Ihnen das Thema des Tages gefällt, dann hilft es uns übrigens immer sehr, wenn Sie uns eine gute Bewertung hinterlassen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Jetzt aber noch dranbleiben, in der Meldungsübersicht geht es gleich unter anderem darüber, wer dieses Jahr den nicht ganz so charmanten Preis des Goldene Brett vorm Kopf bekommen könnte. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Wiener Straflandesgericht ist am Montag der Prozess rund um die Tötung von drei Sexarbeiterinnen eröffnet worden. Ein 27-Jähriger soll am 23. Februar in das Asia-Studio in Wien Brigitte Nau gekommen sein und die Frauen mit mehr als 100 Messerstichen umgebracht haben. Der dreifache Mord kann dem afghanischen Staatsbürger nicht vorgeworfen werden. Aufgrund einer ausgeprägten, paranoiden Schizophrenie war der Mann zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Die Staatsanwaltschaft beantragte mangels Schuldfähigkeit die Einweisung des Betroffenen in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der psychiatrische Sachverständige hält den Mann aufgrund seiner nachhaltigen und schwerwiegenden Störung für hochgefährlich. Zweitens, ist die Afrika-Hilfskampagne Band-Aid noch zeitgemäß? Also die Kampagne von Bob Geldof mit Do They Know It's Christmas, die es ja schon seit 40 Jahren gibt. Dadurch sind auch insgesamt rund 170 Millionen Euro an Spenden für hungernde Menschen in afrikanischen Ländern gesammelt worden. Jetzt kritisiert aber der ghanaische Rapper Fuse ODG, dass die Kampagne dazu beitrage, ein negatives Bild von Afrika in der Welt zu zementieren. Dieses würde den Kontinent Wirtschaftswaktum, Tourismus und Investitionen kosten. Geldof bezeichnete das als abstraktes Wohlstandswelt-Argument. Aber mit Ed Sheeran hat bereits ein Star bekannt gegeben, nicht mehr wie bisher bei Band-Aid mitmachen zu wollen. Und drittens, mehr als 160 Einreichungen verzeichneten die Wiener Skeptiker, die alljährlich den Schmähpreis Goldenes Brett vorm Kopf vergeben. Nun stehen die drei Finalisten fest, da wäre einmal der im Verfassungsschutzbericht als rechtsextremistisch eingestufte Sender auf 1.TV, die österreichische Tierärztekammer und der Anbieter eines pseudomedizinischen Geräts zur bioenergetischen Feldharmonisierung namens Healy. Auf 1 ist wegen der Verbreitung von Verschwörungserzählungen nominiert, die Tierärztekammer wegen ihrem Umgang mit Pseudomedizin und Homöopathie und Healy ebenfalls wegen der fehlenden medizinischen Grundlage. Wer gewinnt, darüber lesen Sie dann natürlich auf derstandard.at, ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Danke an dieser Stelle übrigens nochmal an alle, die bei unseren Podcast-Live-Aufnahmen auf der Buch Wien dabei waren. Was dabei lohnt sich, dass Inside Austria Thema des Tages oder besser leben auf der Standardbühne besprochen wurde, das hören Sie in den nächsten Tagen überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann freuen wir uns immer, wenn Sie uns die an podcast.at derstandard.at schicken. Und falls Sie uns unterstützen möchten, dann hilft es uns sehr, wenn Sie den Standard abonnieren. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.